Ich will einen Salzmann-Remix machen und brauche dafür cleane Samples. Also Kasper, bitte keine Beatbox oder irgendwas. Übrigens, Meddle Boosty. Meddle, ich hatte tatsächlich gerade im Sinn, jetzt machst du erstmal Beatbox da drunter. Aber da kam Kasper übrigens, bitte kein Beatbox. Ja. Salzmann, lieber Salzmann, es ist noch nicht so weit. Erst sehen wir noch Schlumus-Videos. Ich bin zu tief eingestiegen, warte. Salz, Salzmann, lieber Salzmann, es ist noch nicht so weit. Erst sehen wir noch Schlumus-Videos, ehe jeder Mossi beten muss. Und Patrick gewiss schon weint. Ganz ehrlich, ich hab erstmal schön gesungen, ich hab Mikro auf Stumm gemacht und hab mitgesungen. Es ist immer so schlimm, wenn du irgendwie A Cappella singst und dann merkst, oh, ich bin viel zu tief eingestiegen. Ich komm nicht so tief runter, wie ich muss. Mhm. 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 Vielen Dank.